Heidelberg und er hat sich vorletzten er hat sich auf Anfragen in der Katzen von Regulierung ist er lieblich ist ein 4 dass sie das eigentlich schon direkt eingreifen und weiß noch am Anfang noch verpflichtet werden ich glaube ich habe das die ganzen part sein ich an meine haus gebaut und jetzt habe ich auch im haus auch werke bau e es kommt seitdem die scheiße exorbitat er die schwarze die feste notfälle aber ich war da gerade mitten auf meiner Klippe er bleibt das hier er hat das noch einen Keller machen oder gerne wir wissen was ein Schwein ist das ist wie die Nacht ist er macht dann die Wettbewerb 3 Hans im Jahr vom Feuerstatt ich denke der Arzt z.B. als Krasse auf dem Rücken das ist untergefallen nein das tut nicht weil ich sag dann aber ein paar words ich glaube den hack werde ich machen ja im genzug werde ich dann aber dann kein erlängter Spaß erst mal für ihn machen ich hab mir jetzt glas von schiefen jetzt hat man kein glas mehr an ich will nicht hat die Fresse ich würde jetzt Let's Play Markus und Juma's 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 Jaya die drei wir sind und schützt man schon ja die ist doch was hat mir passiert ist von der Bruder hat mir das vorgespielt ich falle runter da ein Ritter durchgespielt haben aber wohl ein Lieder zu 90 Prozent durchgespielt durfte gar noch machen damit auch ein paar zu holen herkommend ich bin nicht mehr zu zweifeln gleich für eine Million Euro die erste geheilt Ich glaube, um jeden Namen mit reinem Herzen werden gute Wünsche wahr. Haltet sich aber um jemanden mit dunklen Läden, wenn böse Wünsche wahr. Wie Gannon. Wie Gannon. Wie Gannon. Je stärker der Wunsch, umso menschiger die Erfüllung dieses Wunsches züchtet, dass es Triforft. Gannon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem Goldenen Land die Schatten geholt. Hier konnte Gannon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Gannon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt sind vergangen. Dein Striforft ist bereit für deinen neuen Gebet. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühr Dein Striforft mit einem sehnlichen Herzen. Warum sollte er wohl? Yeah! Denk hat sich Gannon wünscht, dass die Schattenwelt nicht mehr existiert. Ja. Und das hat kann ich nicht wieder sehen. D coasterly zu Werdezählen, wir ihn aber trotzdem. Klaue, 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 Klaue. Ja, nzeuges zusätzlich was im Gegenteil. Ja, die erste Schneer-Zuschatwelt-Type. Der's so übelst, den hab ich gehasst, sag ja, wie die Jazz-Sanne jetzt den und 11 00. dass sie noch mehr ich habe damals mein Leben in die Warnlinien den auf dem Bund schießt man sich nicht das war ich auch mal super war und er war für mich bei mir in meinem Gehmarkerleit so viel Ausgang so was sie auf die die Wand auch alles mögliche war naja und also war aus der Falle war falsch also das waren recht kurz ist jetzt mehr ein aber ein cooles es war nicht vorbei aber warum wir die Parts reden für das Ding ist der Fall ist nicht also sind erst mal vorbei jetzt erst mal macht man eine Pause davon und froh tun sich nicht an die Zahl nichts mehr geboten wird da ein Kind dieses ist kein Problem schlitten so was macht man da steht auch zu was als ich fresse muss sich auch hat die Fresse jetzt komme ich auf der PC durch die ganzen Partie mal aufgenommen die sich nichts da war ich nicht da er hält so heute soll er an die Städte da er hat die Fresse da muss ich nicht auch nicht ein Schwerpunkt das war ein 540 nachdem wir müssen ich muss eigentlich auch noch früher wieder aufstehen das soll ich wie spät ich noch aufstehen muss die Königin der Fähre das kann die Fettenschwamme Schmarrer hat da erheben denn bei der Aktion und diese und die Fettel er hat die Vorlesung der Gäste der es lief was hat die Kälte er hat den Letzten die Freak die Flüchtlinge meiner Meinung nach hat sich der Witz-Mammer überwältigt hören befindet er zu weinen von Kollegen von Alter Tore ich hab die Fresse also durch die Stücke das war immer noch mal kurz vor Ort auch so noch ein paar Etagen die Hauptsache als Mann geht noch umzusetzen Dallor und Kommandkanaten Todesberg der Dieb in den Wäldern Verlorene Wälder ich fand ja nicht da billig ja da war billig kann ich bei Okarin auf dem Besser und das Maßstab ist gut wieder früh immer der Tolle dafür hat sich linken in der Zeit ich hätte das Maßstab zu mitgemobst 2 zu so legen ich lege jetzt das Maßstab dazu ja klar war recht Döhm Döhm so eine schöne Fälschung wieder steckt ja genau ja das ist der Reiter spukt das Ding auf einmal abmacht und fähig schreibt aus und verprügelt legen und es war ja richtig gestärkt ah nein das war und von Staffcredits bis wir oft zu freden bis eigentlich das haben wir am Ende sehen Herr Sohn ist der Parkbett ich bin so oh Leute die Zeit ist um hier müssen wir kappeln bis zum nächsten Letztplay ich hoffe es hat euch fern gemacht also von daher tschau haha das muss ich jetzt bringen bringe, mache ich aber nicht das ist so groß ich kann nicht aber Leute das Letztplay hat mir auch sehr viel Spaß gemacht ja auch auch wenn Steffen manchmal mich eigentlich richtig verprügelt könnte ja wie verprügeln wegen meinen Fehlern zusammenschlagen oh warum ich eigentlich ja sag mein Bruder auch immer boah ich hab wieder gefällt ich schlag dich gleich doch nicht das ist doch nicht wie so schlägst du denn nicht Bruder ich muss mich selber schlagen Bruder hat sich mein Bruder nie da würde mir den Hals umdrehen alle Bruder r r r das hat man nicht genau nein hau 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 musste das mal wieder sein muss es so mehr was ist es wirklich ein Töten Jo es ist nicht 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 hat 9 2 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 der Wettbewerb ist als sehr oft zählen Schönen ich gehe in Lauer so ich weiß noch nicht mehr sie dann nicht noch mal Stopp der Gruppen die abgabend klopft da sind wir mal zu bauern das konnte auch bis sie gefällt 6 sag mal wenn du da bist bla 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 wir haben dort vorher ein Bildung ich brauche gerade eine Holzblock bitte offen der auf der Klippe und was mir gerade dank der Leroy ich glaube ich habe mich das war euch und ich lieb die Tatlos im Stoffbild Spielverlust Spielverlust Versuche Versuche Rürgen Rädwig Versuche Osteparlast Null Versuche 74 �ic Versuche weil Versuche 1 Versuche 1 Versuche 0 Versuche Versuche 0 24 Du bist insgesamt verreckt 2 versuchten 5.062 60 Prozent er soll ich dann durchgespielt haben bei 146 mal 0 hat 8 konnten sie auch da los erlädt es keine drei bildet es sich nur ein ich weiß noch mal ein scheißer an ein letzter lehrten stand da 40 ich habe so drüber aufgeregt war obwohl ich kein einziges mal verrückt wie so soll der schalte zwar kann passiert jedes ende auch irgendwann weg dann sind jetzt in einer platte aber 14 unser gealter stand einmal 76 mal ich weiß ja dann lustig ja leute ich würde sagen damit beenden wie dieses letztes play ich erst mal und ich hoffe es euch hat dass das feiner befallen genau wie es mir und steffen freiheit also bis zum nächsten bleibt schau rau